einen wunderschönen guten morgen leute wollte ich eigentlich gestern schon längst machen aber es war dann so spät und ich war so platt und ich wollte noch eine agent of righteous might folge hochladen jetzt ist auf jeden fall früh am morgen ich muss dann auch gleich los und hoffe dass ich das jetzt noch rechtzeitig hoch bekomme dieses kurze info video ich habe es im skyrim schon angekündigt heute abend ab 18 uhr ist endlich mal wieder stream jetzt der zum dritten mal im prinzip ich hoffe mal wir haben nicht beim letzten mal so leichte startschwierigkeiten bei obs irgendwie spinnt aber danach hat zwar letztes mal eigentlich ganz gut funktioniert und ich denke jetzt beim dritten stream vielleicht funktioniert es noch ein bisschen besser und langsam aber sicher bekommen wir das dann hoffentlich hin mit dem letzten projekten wie letztes mal geht es dann heute weiter also wir spielen ein bisschen dragon age inquisition wir spielen ein weiteres oblivion dlc dann noch deus ex human revolutions und dann schluss endlich irgendwann spät abends ein bisschen vier genau also wen es interessiert auf twitch tv slash tippa oktum der kanal sollte auch oben bei meinen links irgendwie verlinkt sein auf dem kanal vielleicht pack ich noch mal in die video beschreibung wenn ich jetzt in der schnelle dran denke genau auf jeden fall einfach auf twitch tippa oktum ist jetzt nicht so schwer zu erraten der username ja würde mich freuen wenn ein paar von euch aufschlagen würden und dabei kommen würden ich freue mich über jeden der da ist und dann sie habe ich noch was vergessen wahrscheinlich schon aber es ist einfach viel zu früh am morgen euer autverschnupft bin ich auch noch aber das schaukeln wir schon irgendwie also wir sehen uns dann hoffentlich heute abend am 11 12 2014 falls das video schon ein bisschen älter ist ich löscht ihr ja immer nicht okay macht's gut